Finde den Fake an der Grund- und Mittelschule Säubersdorf. Let's go. Ich würde es mir zweimal überlegen, auf die Schule zu gehen, aber die Toiletten sind gut. Zehn von neun Schülern hier haben ein Problem mit Mathe. 20 Jahre her seit dem Abschluss. Wenn es diese Schule mit Frau Lottner nicht gegeben hätte, würde es wahrscheinlich nicht so gut laufen im jetzigen Leben. Eine super Schule. Fake war die Bewertung 2. Ciao. Adios, amigos.